Was geht ab meine Freunde mit dem ersten FIFA Video und ja ich mache heute ein Spiel gegen meinen Freund und ich zeige euch jetzt mein Team. Ja mit dem Team spiele ich derzeitig und falls ich ein bisschen komisch spreche ich habe gerade eine feste Spange bekommen und ja also ich schicke dann sofort meinem Freund eine Anfrage. Ja ähm jetzt noch zu erzählen ja mal gucken ob das schon beitretet aber in ähm nur paar Wochen nur drei Wochen ungefähr Schule und endlich Ferien ich freue mich dann richtig dann zu Pascal zu ähm zu besuchen ja. Hm. Wenn ihr wollt dann ähm was einfach in die Kommentare ob Pascal auch ähm anzartes 4 let's playen soll. weil er hat ähm das bekommen und dann ähm macht er halt für diese dieses Spiel halt dann kurz ähm macht dann auch Videos. Schreibt es in die Kommentare ob ihr das wollt. Ja ähm ähm manchmal kurz ein Cut und dann geht es gleich weiter wenn er kommt. So da sind wir wieder und ähm ja da gab es paar paar Probleme ähm Pascal dachte ich soll zu ihm kommen ja. Ja jetzt reden wir mal hierbei. Ja das stimmt er hat ja dieses Turnier gewonnen ja. Ähm ja mal gucken wie das Spiel so sein wird. Ja. Ja mal gucken sein Team. Also ich kenne das nicht der hat ein neues gemacht. Also ich will mal ähm oh mein Gott also Ribery hat er gezogen halt Gartes Set ja der weiß wie hat er ausgerastet ist aber sein Team sieht eigentlich stabil aus. So mal gucken was das jetzt wie das jetzt hier ja ladet ladet und ladet. Ähm und schreibt mal in die Kommentare ob ich die dieser Video schneiden soll oder nicht schneiden soll. Also das ist jetzt das erste Video ich schneide das mal nicht. Mal gucken aber die nächsten Videos weil im Sommer 14 habe ich dann mehr Zeit und dann ja. Mal gucken wie lange dauert das. Mal kurz einen Cut wenn es wieder weiter geht. So Jungs da sind wir wieder. Ja ähm da gab es ein paar Probleme aber jetzt geht es wieder. Und ja dann sagen wir mal was beginnen. Also ich bin ja nicht so sehr wie wir sind. Ja ähm also ich nehme gerade mal das Handy auf weil die Garte muss ich mir noch holen. Und ähm ja ähm ich bin im Moment ähm bei FIFA in der Brüssel wieder. Aber sie zeigt mich jetzt auf FIFA. Und ja ähm wir gucken was ihr so von mir haltet. Ja ähm ich nehme mal nach außen. Ja ich nehme mal nach außen. Ich weiß ja was die nicht so gut spielt. Egal. Ähm also in den Sommerferien da fahrs ja ganz super geil. Ähm ja da kommen auf jeden Fall viele Fußballspannchen. Super geil. Ja ähm ähm. Spiel auf Fußball. Spiel auf Fußball. Ähm. Hab ähm heute noch proben. Ganz dabei noch ein Bier. Ja. Dann. Schattennummer an die Mitte. Ja das. Na macht nicht. Ähm macht ja jetzt den Meisten so. Spiel nach außen. Ja. Das ist ja so Remi. Da hat er noch was er da mal möchte. Ja. Also auf jeden Fall noch drei Wochen viele. Dann ist endlichftig. Dann ist endlich年ig. Ich halte noch morgen eine Arbeit. Dann Freitag und danach die Woche noch eine. Dann endlich fertig. Dann nach dem Schulzett. Dann ist die Letzte Woche. Ich weiß nicht was, vielleicht kommt übermorgen, ich hab ja ja keine Ahnung was denn. Vielleicht mal eine Suchtabstellung, vielleicht mal mit William. Ich bin knapp, jetzt bin ich knackig, ich hab in die Mitte, die ist so, also nicht. Ja, die schlechte Anhangung ist dann also nicht. Oh mein Gott, ich hab da mich fast geschickt, Alter. Oh mein Gott. Ja, im jeden Fall gestern, boah. Italien verliebt. Ach, da war's 1 zu 0. Okay, ich muss mal mehr von Italien schlauern, dann ist das. Der ist dann auf jeden Fall Italien. Wir sind einfach 2 zu 0. Ich hätte mehr von Belgien auf jeden Fall erwartet. Weil Belgien hat da zu räumen und so alles. Da war jetzt die stärkste Anhang von Italien. Ach, da hast du bestimmt gesehen, Alter. Da war einfach sehr tot und die Verzeigerungen. Aber alle vermuten, die haben alles zu schön genommen. Aber neigelands Hucke war noch, doch. Ja, ähm, was hat mir Gott noch bekommen? Und, okay. Vielleicht... Ich go. Ich go, wenn... Oh mein Gott. Ja, lasse ich noch mal sehen. Ich go. 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 Das ist einfach ganz als gefährlich. Ne? Eh. Ich komme an. Was ist das denn. Hiche und die Welchen schenken? Ja, ähm, ich glaube, dass Frankreich die Änderung gibt, ich weiß, weil wir haben wirklich viel Potential, so wie die Rumänien nur, ähm, boah, ach klar, dass so die, nur die Rumänien feind gewonnen haben, da war, wir hatten jetzt nicht so viel gesunken Rumänien, okay, ähm, ich will mir mal anrufen, um das jetzt einfach aufzureden, weil ich konnte nicht so viel, ich will fast gar nicht auf das Spiel, oh nein, 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 mein Gott, war das knapp, ich kann ja auch, ähm, in die Kommentare schreiben, was ihr Fragen hier sehen wollt, wenn wir genug Fragen haben, dann kann ich, ähm, also, ja, dass die Fragen beantwortet, wenn wir genug Fragen haben, dann schreibt ja mal in die Kommentare, was ihr Fragen hier sehen wollt, und, und, ja, Also, wenn wir wollen, kann ich da auf Kletterio sehen, ähm, wir wissen schon, was das ist, ähm, ja, Also, jetzt 1-1, später bin ich, dass meine 3 im Wechsel, also Martin, man sieht so ab, ne, ähm, Halbzeit, dann sag ich mal, bis gleich. So, da sind wir wieder, ähm, ja, hab jetzt kein Wechsel gemacht, weil es, hab ich, meine Freude, diese Bugs, ich weiß nicht, das ist nicht so. Habt ihr schon den Piva Listen Trailer gesehen, das ist ja mega geil, mit einem anderen Story Mode, mit, ähm, und die, die, die ist ja, keine Ahnung, wie der liegt, ähm, Carol, genau so, ähm, aber das ist mega geil, ähm, Also, ähm, ich ja selbst hatte schon, das er, ähm, ja, äh, hab ich und Creator schon so, so, das ist ein paar Jahre so, das sei đến, boah, weiß was, das ist total, wie ratif ich war, Since, irgendwie, ähm, echte Bewegung zu uns, tix zu phenomena, okay,o, s' ja, s' ja, s', s' ja, das ist, erst ein bisschen VCR, ah, mein, Gott, ja, MHÄ, ich höre! Jegnet der balik so, aber ähm, hab ich um das Teil recommending, ähm, so, Also, Kiefermitte A, aber da schießt man ja nicht so, aber ihr wisst ja schon was weiß. Wir wollen ja in Kiefer sein und so. Dann ist es so. So, 2, 2, 1, krass. Wie ist es eigentlich so ab? Tag 3 kommt noch gar nicht mehr nach vorne. Lasst euch immer so. Und dann was geht noch und einfach reden. Selbstbesprechung machen einfach. Also, es wäre nett wenn ihr immer ein Like und vielleicht ein Abo da lasst. Dann würde ich mich sehr freuen. Wenn ihr 50 Abos nennen, dann weiß ich mir das haben wir jedenfalls ein bisschen. Ich würde überlegen was uns ein bisschen. Das ist so. Wobei. Jetzt. Ich hätte lieber nicht gelöst. Nein, das hätte ich noch nicht gelöst. Ich weiß nicht was falsch. Ich bin eigentlich. Ich weiß nicht. Ich bin gar nicht so. 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 Aber ähm. Ich habe damit auch ein wenig Kanal gemacht. Aber ich habe jetzt eben keine Lust mehr gehabt. Ihr werdet alles hier sehen, wie ihr so macht. Und ich wollte gerne es nehmen, dass irgendwie was mit mir am Kanal machen. Aber irgendwie hat sich das, keine Ahnung, irgendwie nicht vergessen. Jetzt kommt der war der Zorn mit Behin. Der war schön, schön. Auf jeden Fall, was sie machen sollten, dass sie in FIFA 17 auf Online-Handspiel machen sollen. Weil oft war das so... Okay, das war kurz... ist kurz abgeschmiert. Ja, das geht bestimmt gleich weiter. Bei Online sollen die auf jeden Fall Handspiel machen. Weil manchmal schießt man und die Rätten einfach mit der Hand machen. Da war gerade kurz ein Problem. Wenn ihr wollt, kann ich auch einen Karrieremodus machen. Wenn wir sehen, heißt das auch, dass wir die Nachung machen. Ein Karrieremodus. Und ähm... Wenn, dann zeigt irgendwie von Karten mit welchem Fluss ihr das sehen wollt. Ja. So, ich finde es stimmt. Aber erstmal auf jeden Fall eine Ungewohnung. Eine Ungewohnung. Das ist das Spannende. Weil, wie viel ist da irgendwie viel mehr im Mund? Ja, das 3 zu 0 ist. Wie viel mehr im Mund, als davor. So. Unten hab ich noch nicht bekommen. Weil da noch ähm... zwei Träne rauskommen müssen. Weil sonst würde das bisschen Sinn los haben, wie hab's gesagt. Ja. Ja. Also, Niko. Also... Also... ich hab ihnen gesagt, wann kommt denn das 1. Video von ihr. Also, naja. Man fragt ihn mal heute. Was ist richtig? Und ähm... Ob er ähm... Was ist richtig? was er machen will, weil er ist ja eine Magi-Pool, Arina 6, und da hat er gesagt, komm dann mach was dann für die Mitte vorbei, aber er hat irgendwie geöffnet, dass er gesagt, komm, aber der hat irgendwie, ja, vergessen hat gerade ... ich möchte das, was er nicht vergessen hat, Und dann sieht der jetzt wieder, wenn sich das eigentlich richtig, hat sich das jetzt auch mal, ähm, ja irgendwie, ähm, weil, ähm, ja halt, ja noch halt so lieben, genau, also irgendwann, ähm, wird der Kanal auch größer werden, ja, der fühlt sich das nicht voll, na, von so einem Film, ja, so ungefähr, und dann, ähm, also, ja, ich warte, ein bisschen zu erfüllen, ein bisschen zu erfüllen, jetzt hier mit der Planke, ja, schön, oh, jetzt, der nachfahre, meine, ähm, wieder so dann, Da sind wir wieder, ähm, ich sag kurz auf der Toilette, ähm, ich hab's vergessen, ihn zu schreiben, aber er hat es zum Glück keinen Fall gemacht, ähm, Oh, nein, ich bin so, ich bin so, ich glaube nicht, dass er noch mal so hart zurückkommt, Ach, scheiße, einen Flächer, wenn er den reinmacht kann, dann noch mal zurückkommt, Hm, 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 hm So, das ist die Entscheidung, es tut mir leid, heißt für Partei, dass er so eine Niederlage einstecken muss. Aber ja, wenn ihr wollt, dann, wenn wir, wenn ich Süsserio sind, kann er mein Zuhause geben, weil er kann er für den Verrückte, und ich bin ja jetzt zu seinem Amtchener, ja, vielleicht nicht so, dass die Kleine handelt. Aber eigentlich spielt er doch nicht besser, aber so, nein, ebenso, ich hab das hier, ja, so ein bisschen, so ein bisschen. Oh mein Gott, meine Fresse, ey. Mal, dass er einfach drauf und, ne, einfach, ja, nur, ne. Ja, dann sag ich mal, das war's dann vom Video, und, ähm, ja, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, sag ich mal.